Hallo, ich heisse Hübsch. Cora Hübsch, ich bin 35,25 Jahre alt und gehöre zu dieser Sorte Frauen, die sich im hohen Alter hauptsächlich mit einer Problemzone rumschlägt. Die grösste Problemzone einer Frau ist BBP? Bauch, Beine, Po? Nein, sie heisst Mann. Falls Sie meine ganze Geschichte voller Dramatik, Liebe, Leidenschaft, Eifersucht und 85K-Nordel hören wollen, kommen Sie vom 21. September bis 14. Oktober ins Hechtplatztheater in Zürich. Mondscheintarif, Komödie von der IDK von Kürti.